moin moin leute da war da wieder da diesmal mit einem kleinen guide zu black desert online und zwar wo finde ich kühe und wie kann ich diese melken das ist der einfachste weg an die milch selber heranzukommen die man für viele kochrezepte braucht und die position wo ihr diese kühe findet ist direkt in der anfangsstadt und wir auf einem feld und das kühe melken selbst ist ein mini spiel und es ist eigentlich recht einfach und man geht so eine cohen bekommt dann die option zu melken klickt diese dann an und bekommt dann linke rechte maus das sage angezeigt mit der linken taste kann man beim beginn man sieht dort zwei kühe und derzeit die unten abläuft der sinn des ganzen ist jetzt die kanne zu füllen innerhalb dieser zeit und das einfachste ist die euter der markiert ist je länger man die seite der maus drückt also rechts oder links desto mehr milch geht herein aber man sollte aufpassen dass man nicht in die roten bereiche unten an die nennt sich das an die euter spitzen halt rankommt man muss dafür relativ im takt bleiben weil sonst wird auch das melken abgebrochen also nicht zu viel wollen aber trotzdem im takt bleiben okay ich suche jetzt mal eine kuh und dann zeige ich euch das wie das richtig geht also links drücken rechter euter anfangen linker euter rechter euter linker euter rechter euter linker euter immer so weiter nicht in den roten bereich kommen aber trotzdem im takt wie ihr seht ist das von der zeit gar kein thema das zu schaffen also überhetzt da nicht aber zu langsam auch nicht weil sonst seid ihr aus dem takt raus und es wird ebenfalls abgebrochen so das war's man bekommt jedes mal mehrere milch ich glaube acht schauen wir mal ich habe jetzt 50 mal gucken was das nächste gibt sofern ich denn eine kuh finde heißt das natürlich war da ist eine ok dann schauen wir mal wie viel wir jetzt bekommen haben 10 ich hatte auch schon mal nur acht bekommen also scheint ein bisschen zu schwanken aber die anzahl ist eigentlich ordentlich für so eine leichte aufgabe und kostet halt auch nichts alles klar gut dann sage ich mal bis zum nächsten mal euer badaboom